Grüß euch, Servus, ich bin der Sebastian Stohn, ich bin 25 Jahre alt. Ich wohne in Rosenheim, das ist in der Nähe von München, beziehungsweise zwischen München und Rosenheim. Nein, zwischen München und Salzburg. Ich habe schon ein paar Bierchen getrunken, deswegen merkt man das auch ein bisschen an meiner Aussprache. Borisch rede ich trotzdem noch. Ich bin aufgewachsen in Groß-Karolienfeld, das ist in der Nähe von Rosenheim. Ja, da wohnen meine Eltern immer noch, mein Bruder ist nach München gezogen. Ich bin mit meiner mittlerweile Frau nach Rosenheim gezogen. Und da wohnen wir in einer Zweizimmerwohnung mit einem kleinen Garten. Jetzt machen wir gerade Urlaub in Schottland und da haben wir Daniel kennengelernt. Wunderbar, weil der Kerl, der nimmt mich jetzt gerade auf und ich wäre weltberühmt, das merke ich gerade. Und ich möchte an dieser Stelle noch grüßen an Peders und an Loy. Einfach so, weil sie gut drauf sind. Wie geht es dir in der Ecke? Und... Wunderbar! Wunderbar, wo... Vielen Dank.